hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von eurer gameplayerin ja wir befinden uns immer noch in rift und wir haben die quest ein riese in den rauch frost gipfeln wir sprechen mal mit dem hauptmann der sollte sich nee der ist im anderen zelt er sollte sich hier befinden oder sie willkommen in richten ich habe keine zeit für nettigkeiten wir brauchen hilfe wenn ihr helfen wollt werde ich für euch immer etwas übrig haben wenn nicht dann geht mir aus dem weg der großkönig schickt mich was kann ich tun es schert mich nicht ob die acht euch höchst selbst geschickt haben wenn ihr hier seid um zu helfen habt ihr meinen dank der riese hat die stadt angegriffen sind nur dunkle energien umgaben ihn er hatte ein böses funkeln in den augen schleuderte stiere und männer beiseite als wären sie spielzeuge sah sogar ganz lustig aus bis sie auf etwas gelandet sind was ist zu tun es sind leute unter den trümmern begraben und überall brennt es meine heiler sagen mir dass wir die toten verbrennen müssen sie wollen nicht dass sich krankheiten ausbreiten es ist ein einziges chaos ich werde tun was ich kann steht nicht einfach herum ich bin beschäftigt und es gibt viel arbeit wir werden diese leute bald umsiedeln ihr findet mich in der siedlung wenn ihr mit anpacken wollt wie war der angriff erschreckend wenn wir nicht schon in alarmbereitschaft gewesen wären weiß ich nicht was geschehen wäre wie lief der angriff ab sehen nur riss die mauer ein bevor wir ihn vertreiben konnten einige der magier konzentrierten ihr feuer auf seinen kopf und das schien ihnen zu vergrätzen ich fasse es nicht dass er nicht zu boden gegangen ist er schüttelte die sprüche also einfach ab das tat er die energie die ihn umwirbelte die horde von wurmkultisten das stöhnen der toten ich hoffe darauf so etwas nie wieder sehen zu müssen ja wir sollen drei bürger retten vier feuer löschen und vier leichen verbrennen das ist schon eine etwas größere aufgabe die wir da vorhaben ich wollte eigentlich nur ein schritt so weitergehen so das war wichtig ich brauche den blauen glöckling so hier ist eine leiche wenn ich das richtig sehe ja da ist noch eine und da oben sind die feuer hier ist noch eine leiche schätze da oben sind ja das andere leiche wassereimer ganz wichtig und vier feuer löschen und drei bürger noch retten hier ist schon mal ein feuer dann da ist noch ein feuer hier ist wahrscheinlich hoffentlich jemand runter den ich retten kann nein leider nicht da ist zumindest ein schwein runter könnte natürlich auch ein verzauberter bürger sein wer weiß in diesem spiel wundert mich gar nichts mehr so wenn noch ein feuer ist gelöscht das hat man doch gerade eben schon mal gelöscht oder nicht so jetzt muss man schauen dahin kann noch mal wasser einmal benutzen okay aber dadurch wird nicht mehr gelöscht irgendwie ich weiß auch nicht so wenn der mal eben dahin geht dann können wir uns das noch mal kurz schnappen so die frage ist jetzt da da geh bloß nicht da hoch na komm komm danke dass ihr mich befreit habt ja kein thema ich helfe dir aber nicht hoch damit du weiter kommst ich lass dich jetzt einfach mal so sitzen ich muss noch ein feuer löschen es tut mir leid so dann haben wir das auch schon mal hier vorne scheinen auch noch mal trümmer zu sein ja mit einem runter sehr schön danke dass ihr mich befreit habt gerne gerne danke dass ihr mich befreit habt gerne gerne Moment da hinten ist so jetzt beeilt euch ich dachte sie sagt noch was nun ich bin froh dass jemand hier ist der die sache in die hand nimmt gute arbeit was wird jetzt mit den flüchtlingen geschehen wir werden unterkunft für all jene finden die ihr zuhause verloren haben vielleicht können sie im tempel von mara unterkommen ihr habt den leuten hier etwas wirklich gutes getan danke ich stehe zwar schon in eurer schuld aber ich habe gerüchte gehört denen man nachgehen sollte was soll ich für euch tun meine cousine von der seite meines papas ihr vater ist verschwunden und die familie sagt uiri hätte gesehen wie es passiert ist das problem ist nur dass er während des angriffs verschwunden ist aber er war nirgendwo in der nähe der westmauer was sagte sie was geschehen ist sie schwört dass ihn etwas in einen der kanäle gezogen hat das arme ding steht völlig unter schock wie ihr sehen könnt bin ich gerade etwas beschäftigt bringt uiri zum reden und berichtet dem kommandanten des pakts centurio andreen was ihr erfahren habt ich werde dem nachgehen und centurio andreen wissen lassen was ich herausgefunden habe ich hoffe ihr könnt uiri helfen ihr vater rettete mir das leben als wir noch kinder waren werdet ihr und die wache uiris geschichte nachgehen ich wünschte ich könnte dieses schwein von einem centurio vertraut weder den leuten hier noch der wache von riften sagt mir dass ich nichts auf gerüchte geben soll wenn hier etwas vorgeht dann müsst ihr ihm den beweis direkt unter die nase halten ja dann schauen wir mal wir müssen hier nicht rum wir waren schon auf der richtigen seite sehe ich gerade also wieder zurück ah ja klar hier baufälliges haus okay hier ist keiner ist die oben hi wer bei den neuen jahltümern seid ihr und was macht ihr in meinem haus hauptmann viveka hat mich geschickt ich bin hier um zu helfen bei shaw's knochen ich war schon drauf und dran euch abzustechen irgendein bastard hat versucht meine nichte zu töten das ist er ich habe ihn aufgeschlitzt wie einen fisch er ist ein wurmkultist das wie ein verdammter skewer einem jungen mädchen mit einem messer nachzusetzen jiri hat ihren vater verloren und jetzt versucht dieser kersi zu töten was wollen die wirmer nur von jiri stört es euch wenn ich mir die leiche ansehe nur zu aber vorsicht mit den eingeweiden wer weiß was er so gegessen hat na hoffentlich nichts was jetzt noch lebt so lest die notiz würde ich gerne wenn hier das weiße mal rausgehen würde wir sind dem ziel zu nah und zu riskieren dass wir auffliegen das mädchen ist ein problem befragt sie findet heraus was sie weiß dann beseitigt sie und findet diese scherbe von wudraht sonst schicke ich euch als ritual futter zum verlorenen ausblick kohlweig ok achso mit ihr muss ich nochmal sprechen kennt ihr eine methode um sie zu beruhigen denn so hat ihr immer diesen übel riechenden tee gekocht ich mochte ihn nie aber jiri hat ihn geliebt sie hat unsere letzten blätter gerade erst neulich aufgebraucht kann ich noch mehr davon in der stadt finden es könnte da jemanden geben ein bandari krämer namens jedarzi ist kurz nach dem angriff aufgetaucht wie heißt dieser tee mond irgendwas weiß mond so hieß er nur damit ihr es wisst günstig wird das nicht er presst alle aus die sich nach etwas luxus sehen ich spreche mit diesen katschiet so ja gut da steht jetzt auch drin wir sollen dann erstmal mit ihm sprechen bevor wir mit ihr sprechen habe ich glaube ich so noch nicht gemacht ich bin mir nicht sicher aber ist auf jeden fall auch mal interessant in der mitte ist der auch mal interessant zu wissen ob sich dann was tut also ob sie dann anders reagiert dazu dann später mehr lasst euch nicht von tod und zerstörung entmutigen meine freundin für bare münze kann dieser euren tag erhellen habt ihr noch etwas weiß mond tee ah kundschaft mit erlesenem geschmack aber ach und weh jedarzi ist so traurig er hat nur noch ein bündel übrig er weiß nicht ob er sich von einem solchen nehmt einfach euer gold eine riesenmenge von 693 die haben doch echt den a-punkt offen ich kann mir die reparatur nicht mehr leisten weil ich mein ganzes geld an diesen heilsabschneider jetzt ausgegeben habe na toll das erfreut einen doch ach oh man oh man oh man alles was ich gesammelt habe alles ist weg ähm wenn ich ihn finde weide ich ihn aus ja solange mich nicht ausweidest äh ah ne oben war das so ihr den tee unter die nase halten weiß mond vaters tee paar sagte immer dass es ihn an die geschichten erinnert die krämer erzählten am lagerfeuer immer geschichten wer hat ihn geholt jiri wer hat eurem paar geholt er wurde geholt geholt von den kalten augen im wasser den ertrunkenen er hat mich weggestoßen bissen wie tiere wild hungrig schreie oh papa warum hörst du nicht auf zu schreien schlaft jetzt ich werde mich darum kümmern ok also sie reagiert wirklich komplett anders ich hab äh muss ich dazu sagen immer nur auf e gedrückt das heißt es ging dann immer weiter und entsprechend habe ich dann auch nicht mit ihr also die der jetzt daneben gestanden hat gesprochen und äh ja dann fing sie irgendwann an zu schreien und war so völlig außer sich und und ziemlich naja geistesgestört in anführungszeichen das war jetzt nicht so extrem das war schon auf jeden Fall anders seid ihr Jarl General oder Mitglied des gottverfluchten Tribunals nein dann verschwindet es gibt Zombies in Riftencenturio der Wurmkult ist unter uns das schon wieder schaut der Kult ist fort ich wurde mit ganzen fünf Soldaten entsandt um der Stadt zu helfen der Rest marschierte hinter dem Riesenheer ich habe nicht genügend Leute um irgendwelchen Gerüchten nachzugehen ich kann das dann ja untersuchen wenn ihr eure Zeit verschwenden wollt gerne ich halte euch bestimmt nicht davon ab hab Dank wenn ihr ohnehin die Stadt durchstreift könnt ihr ebenso gut im Ostteil anfangen die Obdachlosen dort beschweren sich für gewöhnlich lautstärker warum schert ihr euch nicht um diese Leute wer sagt dass ich mich nicht um sie schere schaut hier sind Flüchtlinge von überall aus Rift wir haben durch den Angriff Verwundete und Soldaten die in die Rauchfrostgipfel abmarschieren ich habe keine Zeit irgendwelchen verrückten Behauptungen nachzugehen aha und keine Zeit die Leute zu beschützen vor den Angriffen die hier stattfinden stattfinden so so was haben wir denn hier mir macht es nichts aus auf dem Boden zu schlafen selbst die Insekten stören mich nicht so sehr aber der Regen macht mich wahnsinnig der Regen in Himmelsrand ist verdammt kalt ich habe Gerüchte über wandelnde Untote gehört habt ihr welche gesehen selbstverständlich das haben wir alle aber die verdammten Soldaten hören einfach nicht auf uns man merkt am Gestank wenn sie kommen tot und verrotteter Fisch wisst ihr woher sie kommen nein Schur soll sie holen die Soldaten tun gar nichts sie sagen wir denken uns das bloß aus halt riecht dir etwas ja es riecht nach Tod was soll ihn eigentlich untersuchen aber anscheinend da habe ich das schon gemacht ähm so zum Stall kommen wir da raus theoretisch nein natürlich nicht wir müssen das ganze Stück wieder zurücklaufen das ist einfach grauenhaft genau das ist einfach grauenhaft finde ich auch sollte einen Weg hier durch geben so Zombie am Brunnen hatte Stroh aus dem Stall Hallöchen mit dir muss ich sprechen ich mag Tiere lieber als Menschen sie beschweren sich nicht so viel ich suche eigentlich eher nach Untoten habt ihr welche gesehen? wie Zombies? oh ja einer hat versucht was von den Pferden abzubeißen ich habe ihm mit einer Schaufel den Rest gegeben er liegt hinter der Scheune ihr macht euch keine Sorgen deswegen? ah habt ihr schon mal mit einer Misthaarke gegen einen ausgehungerten Bären gekämpft? nein im Vergleich dazu sind Zombies ein Zuckerschlecken schafft euch weiter ja die ist ja geil drauf ne hier ist er so abgeschlossen jetzt müssen wir wieder zurück und in die Stadt ich bin die ganze Zeit am gucken aber dieses Buch was hier angeblich seint ach das ist in der Magier-Gilde ah weil das würde ich nämlich auch gerne nochmal eben mitnehmen das natürlich auch geht mir aus dem Weg ich bin auf der Suche nach Zombies so ich weiß jetzt nicht ob das das gleiche Buch ist wenn wir Glück haben ist es das gleiche aber dann können wir das nämlich hier direkt ach das ist da unten äh erstmal hier runter ja es ist das gleiche sehr schön mh da zurück es ist noch da ihr müsst hier raus was ist geschehen ich wurde von einem Zombie angegriffen er ist einfach aus dem verdammten See gesprungen verschwindet von hier ich bin sicher dass er hier noch irgendwo ist seid ihr verletzt kühnes Schwingen nein ich röchle wie ein abgestochenes Schwein weil die Fische dann besser beißen ach so er hat mich gekratzt als ich nach dem Fischgestell griff ich werde mich in eines dieser Dinger verwandeln ich bekomme einen Heißhunger auf Hirn ich spüre schon wie mir die Haare und die Zähne ausfallen ich glaube nicht dass man so zu einem Untoten wird oh seid ihr ein Experte so eine Art Nekromant hm geht einfach je mehr ihr sagt desto mehr bekomme ich Lust euch in den Kopf zu beißen na gut untersuchen wir mal einen Fisch da ist einer so da ist der Steg da müssen wir noch hin ich fühle euch näher kommen aber ihr kommt zu spät wir haben die Toten nach den Bruchstücken von Wutrat suchen lassen und wir haben eines gefunden das war anscheinend doch nicht hier oben ich weiß dass ich schon mal hier hochgelaufen bin aber dann war das wahrscheinlich um ein Buch zu holen so mal schauen das war doch der Typ da war noch mehr so sprecht mit Centurio das war doch der Typ da an der Kriegergilde genau wieso laufe ich hier eigentlich anstatt zu reiten ich bin mir noch nicht sicher wir sehen mal schauen wie komme ich da jetzt am schnellsten rüber hier da seid ihr ja wieder ich hoffe die Skewerjagd lief gut alle Zombies tot sind wir sicher der Wurmkult war hier ich habe die Kultisten aus Riften vertrieben aber sie haben ein Bruchstück von Wutrat mitgenommen ein Bruchstück von Wutrat hier ihr scherzt doch wenn ich mir euer Gesicht so anschaue machen wir das anscheinend wirklich ernst der Wurmkult stellt eine Gefahr für uns alle dar wir werden die Patrouillen mit den fünf Männern die wir haben verdoppeln derweil möchte ich euch danken dass ihr sie von hier vertrieben habt und wir haben einen Froststab von Isgramors Geburtsrecht erhalten ja da seid ihr grüße feil des Königs grüße ich habe gehört dass ihr hier seid und für Ärger sorgt zum Glück wart ihr einfacher zu finden als gedacht das stimmt nicht Jorunn der Skaldenkönig hat den Großteil der Armee nach Trollhatter geführt aber es gibt einen Haken die Würmer haben sich eingegraben wir werden sie mit Stumpf und Stiel ausmerzen keine Sorge aber das wird dauern Jorunn hat mich geschickt um euch auf den neuesten Stand zu bringen anscheinend seid ihr sehr wichtig der Kult hofft darauf die Bruchstücke von Wutrat sammeln zu können sie haben es geschafft hier eins zu finden darauf müssen sie es abgesehen haben uns bei Trollhatter aufzuhalten die Bruchstücke zu sammeln und so an Macht zu gewinnen wir brauchen diese Bruchstücke Jorunn hat die Lage bei Trollhatter gut im Griff findet so viele Bruchstücke wie ihr nur könnt während ihr euch auf den Weg zum Berg macht ich werde tun was ich kann ja aber da dies natürlich wieder eine neue Quest ist würde ich sagen machen wir hier erstmal einen kleinen Cut und dann sehen wir uns in Trollhatter wieder ihr zwei könnt euch nicht davon schleichen und zu vielen Dank für dein Like wenn du mehr davon sehen möchtest dann darfst du mich auch gerne abonnieren und dann